Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf die Überholspur. In der letzten Woche haben wir uns über die richtige Kurventechnik beim Motorradfahren unterhalten, haben über den Lenkimpulse gesprochen, haben sehr viele Reaktionen darauf bekommen und wollen das heute dann noch einmal einen Schritt weiterdenken, nämlich wie schaut die richtige Kurvenlinie beim Motorradfahren aus, damit man auf der sicheren Seite ist. Wir reden heute in der Fahrschule natürlich über das sichere Motorradfahren. Das heißt nicht, dass man ein Rennfahrer ist, dass man so schnell wie möglich von A nach B kommt, sondern wie kommt man sicher durch eine Kurve. Und das ist dir als Autofahrer sicherlich auch schon einmal passiert, dass in einer Rechtskurve, also du fährst eine Rechtskurve, dass ein Gegenverkehr die Kurve schneidet oder wenn du eine Linkskurve fährst, dass der Gegenverkehr, vor allem wenn es ein LKW oder ein Bus ist, dass der auf deine Seite herkommt, weil er einfach mehr Platz braucht. Deswegen haben wir dir hier zwei Kurven aufgezeichnet, eine Rechts- und eine Linkskurve und haben dir auch immer wieder den roten Bereich eingezeichnet. Das ist der Bereich, wo wir als Motorradfahrer nichts verloren haben. Wie gesagt, es geht hier um die sichere Kurvenlinie. Es geht nicht darum, ein Rennen zu gewinnen, sondern es geht darum, sicher durch eine Kurve zu kommen. Wie schaut das jetzt aus, wenn wir eine Rechtskurve durchfahren wollen? Bei einer Rechtskurve sehen wir, ob ein Gegenverkehr kommt. Wenn niemand kommt, können wir auch dort die Kurve ansetzen, wo die linken Räder von den Autos rollen. An der Mittellinie oder gar darüber haben wir bitte mit dem Motorrad nichts verloren. Das wäre auch schon fast der rote Bereich, den ich dir früher gezeigt habe. Wenn wir dann die Kurve ansetzen, dann beginnen wir mit diesem Lenkimpuls, schauen weit nach vorne. Die Blicktechnik ist beim Motorradfahren ganz entscheidend. Das hast du in der Fahrschule sicherlich schon zur Genüge gehört. Wir schauen zum Kurven-Scheitelpunkt. Dort sollten wir auch relativ weit am rechten Rand sein. Das wäre also der größte Abstand zu dieser roten Zone. Und wenn wir immer eine halbe Kurve nach vorschauen, dann hätten wir am Kurven-Scheitelpunkt auch den Blick schon an das Kurvenende. Und dort sollten wir möglichst weit rechts rauskommen. Wenn wir eine Linkskurve durchfahren, dann bleiben wir immer so weit es geht von der Mittellinie entfernt. Wir fahren dort, wo die rechten Räder von den Autos rollen, schauen auch wieder weit nach vor, orientieren uns jetzt aber am rechten Kurvenrand, schauen zum Scheitelpunkt und schauen dann über den Scheitelpunkt, wenn wir dort sind, an das Kurvenende. Man kann bei einer Linkskurve dann ein bisschen in die Mitte kommen. Das hat zwei Gründe, warum man bei der Rechtskurve sehr eng rechts rauskommen soll. Bei der Linkskurve kann man dann, wie gesagt, ein bisschen in die Mitte kommen. Hat den Grund, wenn man korrigieren muss, die Kurvenlinie, in beiden Fällen müsste man das Motorrad aufstellen. Das ist viel leichter, als das Motorrad mehr in die Schräglage zu bringen. Die Augenachse sollte immer parallel zum Horizont sein. Das haben wir auch in der Fahrschule schon sehr oft geklärt. Wir haben dir hier ein Video, das ist bei uns in Klagenfurt der Ratsberg. Das ist eine sehr beliebte Prüfungsstrecke auch, da gibt es enge Kurven. Da kann man mit der Technik des Drückens sehr viel erreichen, aber natürlich auch mit einer guten Blicktechnik. Wir sehen das immer wieder bei Fahrstunden, dass also unsere Fahrschüler, wenn sie zum Beispiel in die Rechtskurve fahren, mit dem ganzen Körper und auch mit dem Kopf in diese Rechtskurve gehen. Man sollte aber beim Motorradfahren die Augen parallel zum Horizont haben. Warum ist das wieder wichtig? Erstens einmal kann man Informationen viel besser wahrnehmen, wenn man die Augenachse parallel hält. Du kannst das einmal probieren. Nimm einmal eine Tageszeitung, halte sie so ein bisschen schief und probiere diese Zeitung dann zu lesen. Also wenn die Schrift so nach oben geht, das wird wahnsinnig schwierig. Wenn ich die Augen parallel halte oder die Tageszeitung parallel halte, dann kann ich das perfekt lesen, kann Informationen wunderbar wahrnehmen. So sind wir Menschen einfach konditioniert. Der zweite Grund, und das ist vielleicht noch ein wichtigerer Grund, es gibt eine Statistik, die sagt, circa 80% aller Motorradunfälle passieren bei einer Schräglage von 18 bis 20 Grad. Wir können das Motorrad aber wesentlich mehr in die Schräglage bringen. Das Problem dabei ist, dass der Kopf uns sagt, na jetzt habe ich eh schon so viel Schräglage, Wenn ich jetzt noch mehr muss, da rutscht das Motorrad 100%ig weg und da baue ich sowieso einen Unfall. Kein Problem. Wenn wir die Augen gerade halten, können wir das Motorrad mit der Technik des Drückens noch viel mehr in die Schräglage bringen. In diesem Video, das wir dir eben gezeigt haben, haben wir eine Schräglage von 45 Grad zusammengebracht. Überhaupt kein Problem, das halten die Motorräder perfekt aus. Wenn wir nach vorne schauen, dann sollten wir eine halbe Kurve nach vorne schauen. Bei unserem Achter am Übungsplatz wären das ungefähr drei Hüten, die wir nach vorne schauen. Und du siehst das hier, Elisabeth fährt einen Kreis, wunderbare Blicktechnik, die Augen sind parallel zum Horizont und sie schaut ungefähr, wie gesagt, drei Hüten nach vorne oder eine halbe Kurve nach vorne. Wie kann man das trainieren? Wir empfehlen dir immer, versuche einmal, wenn du alleine mit dem Motorrad dann unterwegs bist, wenn du also schon einen Führerschein hast, Kurven einmal gemütlich zu durchfahren. Nicht gleich auf Tempo und Vollgas, sondern versuche einmal, diese Kurvenlinie dir anzugewöhnen. Das muss man ein paar Mal machen und dann hat man aber automatisch schon diese richtige Kurvenlinie und kann das Tempo dann natürlich auch ein wenig steigern. Und es ist bitte keine Schande, beim Motorradfahren auch einmal langsam zu fahren. Es kommt bei uns in der Fahrschule auch immer wieder die Frage, wie schnell muss man den fahren? Na ja, angepasst, das ist immer die richtige Antwort. Da gibt es keine genaue fixe Geschwindigkeit, aber es wird kein Prüfer dir irgendwie eine schlechte Bewertung geben, wenn du in gefährlichen Kurven, in engen rechts, engen links Kurven das Tempo reduzierst, um sicher um die Kurve zu fahren. Auf der Geraden, wenn es die Sicht und die Verkehrsverhältnisse zulassen, dann sollte man natürlich schon ein bisschen Gas geben, aber in den engen Kurven darf man auch durchaus ein wenig langsamer fahren. Und wenn du dann geübter bist, kannst du natürlich auch das Tempo steigern, denn auch mit höherer Geschwindigkeit kann man eine schöne Kurvenlinie durchfahren. Wenn dir der Kanal gefällt, lass uns ein Like da, lass einen Kommentar da oder abonniere diesen Kanal. Das hilft uns ein bisschen weiter, mehr Reichweite zu bekommen, um vielen jungen Autofahrerinnen und Motorradfahrerinnen bei der Führerscheinausbildung zu helfen. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren. Bis dahin, schön rechts.